Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr daraus wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Wir reden heute über Michael Zetterer, denn da könnte jetzt ein Stein ins Rollen kommen, mit dem wir vielleicht alle gar nicht mal so gerechnet haben. Denn die sicher Nummer 1, sicher Nummer 1 geglaubte Nummer 1, fast Nico ist heute da, ihr merkt schon. Die sicher geglaubte Nummer 1 natürlich soll wohl jetzt, zumindest sollen erst ein Gespräch stattgefunden haben, bei Olympique Marseille eventuell Nachfolger von Paul Lopez sein. Also er könnte der Nachfolger von Paul Lopez sein, sagt zumindest Florian Plettenberg. Wir schauen uns jetzt gleich die Meldung an. Ihr könnt direkt zu Beginn ein Däumscher oben da lassen, gerne ein Abo da lassen, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann schreibt doch mal rein, wie warm ist es bei euch gerade noch. Bei uns ist es immer noch unglaublich warm. Also hier in dem Raum ist es gerade mächtig, mächtig warm, vor allem mit den ganzen Lichtern hier. Freunde, wir quälen uns da durch, dafür ein extra Däumscher da lassen. So, jetzt aber zur Meldung hier rein. Florian Plettenberg, eigentlich immer ganz gut informiert, hat geschrieben gehabt, dass Olympique Marseille daran interessiert ist, ein Angebot für Michael Zetterer zu machen und erste Gespräche stattgefunden haben. Sogar De Serbi wurde darüber informiert, dass eben, weil die Zukunft von Paul Lopez ungewiss ist, Zetterer der Nachfolger sein könnte und der soll nicht abgeneigt sein und findet die Idee wohl ganz gut. Gut, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, De Serbis Fußball ist ein sehr, sehr technisch versierter Fußball. Wer ihn so ein bisschen verfolgt hat, der weiß das. Vor allen Dingen aber auch, wenn man jetzt mal, Sebastian Hoeneß zum Beispiel hat es ja auch ein Vorbild genommen von De Serbi Fußball. De Serbi Fußball ist ja allgemein extrem rübergekommen in die Bundesliga. Also finden viele sehr, sehr geil, technisch versierter Fußball. Und da passt natürlich ein Mitspiel, da geht man immer extrem rein. Marseille ist auf jeden Fall einer der Top-Vereine in Frankreich. Auch wenn die letzte Saison nur Achter geworden sind, aber auch eben im Europa League Halbfinale waren, sind ja gegen Bergamo ausgeschieden. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, guckert mich gern, wenn ich da etwas vertausche. Die wollen wieder oben angreifen, Olympique Marseille. Aber Olympique Marseille ist, glaube ich, auch jedem hier ein Begriff. Also wirklich ein großer Verein in Frankreich. Und wenn Olympique Marseille anklopft, dann ist es natürlich auch so, dass man erst mal sich das vielleicht auch anhört aus der Sicht von Michael etc. Auch finanziell ist das gar nicht mal so verkehrt. Das muss man ja auch sagen. In Frankreich ist ja oftmals, gibt es da gute Wege von Brutto zu Netto. Vor allen Dingen, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz, ich glaube in Monaco war das vor allen Dingen, wo das extremst war. Marseille ist das nicht ganz so, aber, also nicht vergleichbar mit Monaco, aber bei Marseille ist trotzdem auch ordentlich Kohle wohl zu verdienen. Dennoch soll das natürlich nicht das Oberste sein. Das Oberste ist an der Stelle, dass De Serbi da einiges vor hat bei Olympique Marseille und Olympique Marseille wieder oben angreifen möchte. Wenn also Olympique Marseille ein technisch stark, wie sie anvisierten, Fußball spielt und mit einem spieleröfnenden Keeper als Ersatz, als neue Nummer 1 für Paul Lopez in die Saison gehen möchte, dann könnte etc. da extrem auf dem Radar sein. Interessant wird vor allen Dingen dann, in der aktuellen Transferphase hat man eine Bilanz von 12,5 Millionen, wie viel man denn auch bereit wäre auszugeben. Das wäre extremst interessant. Guindouzi wurde ja verkauft für 13 Millionen, Vitinha für 16, also ihr seht, das ist eine große Liste hier, Aubameyang letztes Mal auch da gespielt, stimmt. Hatte ich auch nur noch am Rande, sag ich mal, im Hinterkopf gehabt. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant wahrscheinlich für Michael Cetera. Der hat noch einen Vertrag bis 2,27, hat einen Marktwert von 3 Millionen. Hier ist jetzt die Frage, ab wie viel Millionen könnte Werder schwach werden? Denn eins ist klar, sollte Michael Cetera gehen, sollte man oder muss man eigentlich eine neue Nummer 1 verpflichten. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen ist, wie sehen wir das denn? Also ist es jetzt drei Wochen vor dem DFB-Pokal noch ein Zeitpunkt, wo man sagt, ja, kann man trotzdem irgendwie machen, Cetera verkaufen, vielleicht zum Beispiel Schwebe, der bei Köln ja eigentlich praktisch außen vor ist, also da soll ja Urbeck als Nummer 1 sein, Schwebe vielleicht auf dem Radar ziehen, eventuell, es gibt ja auch noch den einen oder anderen ablösefreien, ganz guten Keeper, den man holen könnte. Also es gibt auf jeden Fall Lösungen. Die Frage wäre nur, ist der Zeitpunkt noch gut dafür und passt der dann auch in unseren Fußball rein? Weil wenn man technisch mitspielende Keeper sucht, dann ist die Auswahl da natürlich ein bisschen kleiner. Und Cetera hat mit diesem technischen Part schon ordentlich was bewirkt. Also da hat er auf jeden Fall mächtig was gemacht bei uns, dass wir eben von hinten ganz anders eröffnen können. Also allein, wenn man das so mit Pavlenka vergleicht, das war schon ein riesen Step, den Cetera uns da gezeigt hat. Auch wenn man sagt, auf der Linie war ja Pavlenka auch ein super Keeper. Aber die Frage ist jetzt, was will Werder? Wenn man weiterhin sicher von hinten eröffnen will und mit einem technisch versierten Keeper spielen will, brauchst du halt eine Art Cetera 2.0. Und dann ist die Frage, wer kommt überhaupt in Frage? Oder macht man sogar einen ganz krassen Move und nimmt Backhaus als Nummer 1, Kolker als Nummer 2 oder 3 eben und holt einen neuen Keeper dahinter. Das wäre natürlich sehr, sehr crazy. Ich muss dazu sagen, dass ich Backhaus sogar die Chance gönnen würde. Das ist aber alles sehr viel Zukunftsmusik noch. Aber ich würde sie gönnen, weil ich prinzipiell sage, bei Keepern, wenn du einen guten in den eigenen Reihen hast, gib dem erstmal eine Chance, bevor du irgendwie viel Geld für den Keeper ausgibst. Das ist so meine prinzipielle Meinung. Sage aber zeitgleich auch, dass Cetera eben da was mitgebracht hat, was sehr schwierig in den eigenen Reihen sein würde zu ersetzen. Ich muss aber erstmal eigentlich woanders anfangen. Also persönlich würde ich mir wünschen, dass Cetera bleibt. Es ist hier wirklich erst ab dann, wenn es unmoralisch wird, wo ich sagen würde, ja okay, dann musst du ihn abgeben. Wenn jetzt Marseille sagt, ey hier, habt ihr 8 Millionen sofort und 3, 4 Millionen Bonuszahlungen, dann ist das vielleicht gar nicht mal mehr so verkehrt. Wenn es 10 Millionen sind, ist es eine Summe, wo ich sage, musst du abgeben. Also ab 10 Millionen sage ich, musst du ihn abgeben. Wenn die jetzt kommen mit 3, 4 Millionen, dann sage ich, auf gar keinen Fall. Also das darf niemals passieren. Aber wie gesagt, alles nach oben hin, da hast du natürlich echt ordentlich Möglichkeiten, auch Michael Cetera dann zu verkaufen und zu ersetzen. Das ist dann halt, das ist so die Ware. Wenn wir uns jetzt auch die Frage stellen, würde Michael Cetera das selber machen? Das ist ja das Nächste. Ich meine, er fühlt sich extrem wohl in Bremen. Das hat er ja gesagt, er fühlt sich extrem wohl in Bremen. Er ist auch froh, endlich die Nummer 1 zu sein, will sich da durchsetzen, will mit Werder in die Saison starten. Aber klar ist eben auch, das kennen wir auch alle, das Fußballgeschäft ist sehr schnelllebig. Das heißt natürlich, wenn jetzt Marseille mit ordentlich Kohle lockt und der Aussicht, und das ist wahrscheinlicher, dass Olympique Marseille in den nächsten Jahren international spielt, als dass wir es tun, dann kann das durchaus auch ein Grund sein für Cetera zu sagen, ey, ich möchte gerne nochmal auf internationaler Bühne spielen und gehe dann vielleicht zu Marseille. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass er bei Niklas Schmidt ein Feedback einholt, wie so die französische Liga ist, wie sie sich da leben lässt und so weiter. Ich persönlich weiß jetzt nicht, wie es in Marseille selber ist, so in der Stadt. Ich weiß nur, dass auch da die ein oder anderen Ecken so ein bisschen gefährlicher sein sollen. Ich weiß aber nicht, ob es auf Marseille zutrifft. Ich habe es nur mal gehört, deswegen will ich hier jetzt nichts raushauen. Das ist, wie gesagt, ein sehr vages Statement, was ich hier gerade dazu sage. Das, was ich nur sagen kann, ist eben, dass die wahrscheinlich mehr zahlen als Werder und höchstwahrscheinlich eher international spielen werden in Zukunft. Aber ich habe eigentlich die Hoffnung, dass Cetera das nicht macht und Werder sagt, nö, es sei denn, es kommt Summe X. Dann wird es interessant. So, jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagen habt. Schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare rein. G-Cetera, ja, nein. Und ab was für einer Summe würdet ihr ihn ziehen lassen? Und wer könnte Cetera denn ersetzen? Das ist die Frage der Fragen. Lasst gerne alle nochmal einen Däumchen oben da. Lasst gerne alle nochmal ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Eventuell machen wir sogar morgen Abend noch einen kleinen spontanen Stream. Das heißt, drückt euch mal ein, Donnerstagabend eventuell einen kleinen Stream. Steht auch nicht ganz fest, weil, ich merke es euch alle, am 1.8. hat meine Frau Geburtstag. Könnt ihr alle auch gerne gratulieren. Und die hat ihren ersten Arbeitstag auch. Hat aber morgen so einen kleinen Mädelstrip noch, morgen Abend. Deswegen eventuell bin ich in der Zeit dann live. Das heißt, ja, merkt euch mal, vielleicht bin ich so gegen 18 Uhr um den Dreh, morgen live. Wenn ja, dann plane ich es aber morgen früh noch. Ich bin raus, euer Nico und ciao, ciao.